Slay, 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 Slay. Was geht ab Freunde? Heute auf YouTube unterwegs, ein normal, mein erstes normales Video, was ich eigentlich drehe. Heute fragen wir, gehen wir ein bisschen nach links, wir sehen nichts. Sieht man das? Ja. Wir sind hier in L.A. bei Universal Studios, filmen wir ein bisschen rum hier. Und wir werden heute die Leute fragen, wie viel Geld sie verdienen, ungefähr. So, how much money do you earn in a month? Don't know, ask that. Wir haben die ersten Leute, die beiden. So, where are you guys from? You go first. New Zealand. New Zealand? Yeah. How old are you guys? 22. 21. Guck mal, wie der hinter der Kamera rein scheißt. Er muss alles unangenehm machen, immer, jedes Mal. So, the question today is, what do you guys do for a living? Like, how much money do you get in a month? Oh, it depends. I'm a filmmaker, so it's freelance work. Some weeks can be good and some weeks can be bad. What's your job? I'm a cinematographer. Wait, what? Cinematographer. Camera guy, basically. Oh, okay. And you? I'm studying music, so I make no money. What's your name on Spotify? You have Spotify? My name is Mitzola. S-M-I-D-S-O-L-I-S. Einblenden. Die Jungs sollen das streamen. So, how much money do you have on your bank account? If you don't want to say it, you can say it. No. We are Germans. Not much. Are you? I'm a student. Aber die Jungs sind cool, sympathisch. Hau rein, Bruder Herz! Meine Brüder! Wir haben hier sogar Deutsche getroffen. Wir sind beim Universal Studios. An die Leute, die fragen, wie alt seid ihr erstmal? 34. Und wie alt sind sie? 31. Die beiden sind das erste Mal in L.A. und ich mache so eine Umfrage mäßig. Wie viel Geld verdient ihr? Also mit eurem Job. Also erstmal, was macht ihr beruflich? Ich bin Sachbearbeiter im Ersatzteilverkauf. Und du? Ich bin bei Mercedes in der Prototypenplanung. Und wollt ihr sagen, ihr müsst es nicht, wie viel Geld ihr verdient damit? Um die 2800 Euro netto. Das ist stark. Ich ein bisschen mehr über drei. Das ist auch stark. Das ist sehr, 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 sehr stark. Ich weiß nicht, ob ihr das beantworten wollt, wie viel Geld habt ihr gerade auf eurem Konto? Ich weiß es gar nicht, weil mein Online-Banking seit einer Woche spinnt und ich kann nicht rein. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Gut. Weißt du es? Ja, um die 3,7 sollten jetzt drauf sein. Außer ich wurde bezahlt, dann ist es natürlich plus 3000 mehr. Ah, okay. Ja, stark. Sympathisch, wie heißt ihr beiden? Toni. Toni und? Bin die Athanasier. Toni und Tanasier? Athanasier, genau. Athanasier, sympathische Menschen. Zwischendurch mal fürs Video. Ich habe Harry Potter jetzt nur bis zum vierten Film geguckt. Aber das ist ja geisteskrank. Hilfe! Der Typ, bei dem interessiert es mich wirklich, weil ich mich frage, wie viele Leute so verdienen an so Ständen und sowas. Wie alt bist du? 24. Was ist dein Name? Christopher. Wie viel Geld hast du? Wie viel Geld hast du? Depends auf wie viel du arbeiten kannst. Sometimes, wenn du arbeiten kannst. Sometimes, wenn du arbeiten kannst. And wenn du in kannst. 40 Stunden? Ich denke, du verlierst ca. 12% in taxes. Also, das ist das auf die Woche. Mit der Minimum Wage ist es ungefähr 500-600 Euro. 5-600 Euro. Und wie viel Geld hast du auf dein Bank? Nein, ich werde nicht sagen. Oh, okay. Ich mag deine Zeit. Hogwarts! Halleliski! 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 Hey, sag an! Guck mal wie klein die ist! Ich brauche eine kurze Pause. Bei Kreislauf. Ich brauche Zucker. Kennst du das? Mein Name ist Christian. Das Ding ist gar nicht armi. Du bist schon, weißt du? Wie geht's? Ich bin gut. Do you live in L.A.? I don't live in L.A. I live in L.A. I live in L.A. So the question today is how much money do you earn in a month? How much money do I earn in a month? For me to know and you to find out. No, I'm just kidding. How much money do I earn in a month? Five grand. What's your job? I work as a golf pro. Golf pro? Golf. Soccer. Really? Yeah. So you're pretty good. Second question is how much money do you earn? Not enough. Not enough right now. Say thank you. I appreciate it. So we have new people. The three Brazil. So what's your name? Victoria. Angel. So we have Andrew, Mitchell and Sarah. Victoria. Victoria, exactly. Okay, how old are you? I'm 19. 18. 16. Okay, so you're still relatively young. Do you have a job? Yes. What kind of job? Property manager. What? Property manager. How much money do you earn in a month? 3500. My name is Rohan. Bigger. 9000. And you? Dick's Sporting Goods. Dick's Sporting Goods. Dick's Sporting Goods. Dick's Sporting Goods. What is that? It's a shop. It's a sportswear shop. How many do you get in a month? 1700. And you're 18. Yeah. That's good. And you? You don't work. He heisses which class? Yes. The second question is how many money do you earn in your bank account? 500. All right. I don't need alcohol. Okay. And that's like thank you. Thank you very much. Thank you very much. Got a microphone. Yeah, it's a microphone. I'm a professional. So what's your name? My name is Doug. Doug. How are you? I'm 61. 61. You look fit. You look like 45. Thanks. Your skin is smoother than mine. Thanks. I got two questions. The first question is three questions. So the first question is what's your job? I am a LA Hollywood tour guide. Ah. And the second question is how much money do you get in the market? Actually this is my retirement job and I do about four or five thousand. Four or five thousand. That's good. That's what I make now. Sometimes ten thousand. That's good, Marty. Damn. Yo. I've been doing the job for about fifteen years. Yo, yo, yo. Fifteen years. And that's from another job I retired from. Okay. Which I was a commercial real estate broker and international lawyer. How much money do you get in the bank account? Right now. I don't know. Approximately. Approximately? I don't know. Okay. I don't know. Couldn't tell you. Because it comes in and goes out. Okay. Appreciate it. Thank you very much. Nice to meet you. Thank you. Sympathischer, man. Ich glaube, er ist so reich, dass er nicht weiß. Ich bin juxisch. Wenn du genug Geld auf dem Konto hast, schaust du nicht mehr, was du ausgibst und was du weißt. Ich glaube, der hat wirklich mehr Geld gehabt als Eli Jello auf seinem Konto. Wenn ihr wissen wollt, wie viel Eli auf seinem Konto habt, dann lasst hier auf dem Video 40.000 Likes drauf. Der sagte zu mir, der holt sich für sieben Euro Schokolade. Das ist respektlos. Das machen nur Multimillionäre. Das Ding ist, dieses Mikrofon funktioniert hier gar nicht. Und wir gehen immer ein bisschen außerhalb, wo keine Musik ist. Damit ihr uns hört. Ich weiß nicht was mit diesem Mikrofon. Der Akkus lebt im Kopf. Ja, Akku. Ist leer. Was machst du denn, Junge? Der Mann hat so Probleme, Alter. Er hat so... Wir müssen das in Relation sehen. Wie sind die Preise hier eigentlich? Teuer eigentlich. Ja, teurer, ne? Als in Deutschland. Obwohl Deutschland schon krass ist. Also, um halbwegs gut zu leben, musst du auch sehr viel verdienen. Er fragt dich etwas. Es ist sehr einfach. Die Frage ist, welchen Job machst du? Ich sehe diese Scheiße. Ihr habt es. Was ist dein Name? Grady. Wie bist du? 24. 24, okay. Die erste Frage ist, was ist dein Job? Ich bin ein Akter und eine Barista. Cool. Sehr gut. Sehr gut. Die zweite Frage ist, wie viel Geld hast du in einem Mann bekommen? zwischen 2.000 und 5.000, vielleicht. Das ist ein guter Job. Vielleicht nicht. Das ist wirklich gut. Ja, okay. Wie viel Geld hast du in der Bank? Jetzt? Wie, weniger als 2.000. 2.000? Less. Okay. Das ist okay. Danke für deine Zeit. Danke für deine Zeit. Have a nice day. Da lasse ich regelmäßig die Bockwurst knacken, wisst ihr Bescheid, meine Freunde. Und...